Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Wunschvideo. Denn es hat sich jemand gewünscht, dass ich so bald wie möglich ein Video über diese unendlichen Einfälle mache. Und Scoply hat hier tatsächlich unendliche Einfälle. Erstmal, die Übersetzung ist so Mist von Infinite Incursions auf Deutsch, dass ich wahrscheinlich ganz viel Incursion sagen werde in diesem Video, weil ich das ja immer auf Englisch spiele. Aber diese unendlichen Einfälle will ich dann doch einmal erklären. Es passt natürlich wieder wunderbar, dass wir gleichzeitig damit unsere Gebietsverteidigung haben, zumindest von einem Gebiet. Deswegen siehst du gerade ein getarntes Schiff von mir, damit wir ein paar Punkte sammeln, nur fürs Protokoll, damit die Punkte da sind und wir das Gebiet behalten. Von unseren Allianzen wird da keiner angreifen. Aber die Allianzen, das ist auch wieder typisch, natürlich mit Beginn der Incursion wird es auf iPad wieder mal schön instabil. Also Allianzen vom anderen Server, die jetzt rüberkommen, werden sicherlich gerade da, wo eine Gebietsverteidigung läuft, als allererstes nachschauen, ob sie Opfer finden. Deswegen sind wir nur mit getarnten Schiffen da im Moment. Ich muss gerade auch aufpassen, dass ich mal jetzt rechtzeitig zurückziehe, während ich das Video drehe. Die unendlichen Einfälle sind ein Kampf zwischen zwei verschiedenen Servern. Und es ist ja wie gesagt gewünscht worden, dass ich das Video mache, weil einige das noch nicht gemacht haben. Und das bedeutet, dass die vom anderen Server auf deinen Server kommen können und du kannst auch auf den anderen Server gehen. Und in diesem Fall, gucken wir mal, ob da sich schon welche blicken lassen in unserem Gebiet, werden die als allererstes wie gesagt hier suchen, weil es gibt Punkte dafür, wenn du Spieler vom anderen Server abschießt. Entweder auf dem fremden Server oder auf deinem eigenen. Dazu gibt es dann nämlich auch ein paar Events. Dazu kommen wir gleich. Gucken wir erstmal in die Events rein. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe. Da gibt es ein Event, das ist das allererste, wo du Punkte dafür bekommst, wenn du andere Events während der Incursion abgeschlossen hast. Nämlich zum Beispiel dieses Expertenforscher Event. Das ist eine Allianz Bestenliste dafür, dass du Forschung abschließt. Und dann gibt es halt ein Ranking der Allianzen, wie viel das war. Dann gibt es einen Verteidigerschaden EBL, also eine Einzelbestenliste nur für dich. Da gibt es Punkte dafür, wenn du Schaden als Verteidiger leistest, also Hüllenschaden zufügst beim Angreifer. Dann gibt es einen Plünderer XEBL. Das ist eine Einzelbestenliste, die aber Leute aus beiden Servern enthält. Immer wenn X da vorne ist, ist das mit beiden Servern gemeinsam. Das heißt, wenn du entweder eine fremde Basis auf deinem Server plünderst oder eine Basis auf dem anderen Server plünderst. Ich habe natürlich überall noch null Punkte, weil ich direkt mit dem Anfang der Incursion hier angefangen habe zu filmen, weil später wird es schwieriger. Dann gibt es als nächstes ein Event, das heißt Schiffsspezialist ABL. Das ist also wieder eine Allianzgeschichte. Da gibt es Punkte, wenn man Schiffserfahrungspunkte ausgibt. Dann gibt es Punkte dafür, und das ist wieder ein XEBL, das heißt mit allen Spielern von allen Servern. Und da geht es um jeden einzelnen Spieler. Da geht es um PvP-Siege. Entweder als Eindringling auf dem anderen Server oder eben als Verteidiger auf deinem Server. Da liege ich bei der Incursion normalerweise ganz gut. Und dann gibt es ein Verteidigungs-OPS, Großverteidigung. Da geht es halt darum, auch wieder um PvP-Siege, aber auch für Niederlagen kriegst du Punkte. Und es gibt ganz bestimmte Systeme, wo du mit speziellen Schiffen dann eben, generell brauchst du spezielle Schiffe, die du besiegst. Oder du musst von speziellen Schiffen besiegt werden. Und in diesen offenen Systemen gibt es halt die doppelte Punktzahl. In meinem Fall ist das jetzt X5-TKV. Das ist für unterschiedliche Spieler unterschiedlich. Das geht wahrscheinlich um Level. Und da finde ich aber relativ selten Leute. Aber ich werde normalerweise in der Incursion genug Gelegenheit haben, Schiffe von anderen abzuschießen, die dazu passen. Das werden wir nachher mal sehen. Das sind die Events, wo du halt, achso, ich habe vergessen immer mal reinzuschauen, was es so gibt, wo du halt verschiedene Belohnungen kriegst. Hier kriegst du eben, je nachdem wie deine Allianz abschneidet, axionische Chips und SNW-La-Anunien-Sing-Teile. Beim anderen gibt es dann zum Beispiel für die ersten drei Rahmen, den habe ich übrigens schon, aber dann gibt es für die nächsten Ränge Syndikatserfahrungspunkte und SNW-Una. Dann gibt es unter anderem hier diese Subraum-Relais-Verbesserung und ROM-Teile. Dann gibt es diese Montage-Medaillen für die Sternenbasis und Julian Bashir. Hier bei der Großverteidigung gibt es dann diese Incursion-Points, also Einfallmünzen. Damit kannst du hinterher im Shop was einkaufen. Zum Shop komme ich noch ein bisschen später und ein bisschen Material und so gibt es auch noch. Das nur eben als kleine Übersicht über die Neben-Events, denn das Haupt-Event ist das hier, wo du rot gegen blau siehst sozusagen, wo nur unendliche Einfälle drüberstehen. Das ist das Haupt-Event vom Server gegen Server. Das heißt, mein Server 110 kämpft gegen Server 112. Und der Server, der am Ende gewinnt, bekommt diese Premium, nämlich 2000 Einfallmünzen, 150% Forschungsgeschwindigkeit für sieben Tage, SNW-Una-Teile, Subraum-Relais-Verbesserung und eine Einfall-Trophäe. Auch die kann man hinterher eintauschen im Shop. Wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Und Punkte gibt es dafür, indem man Hüllenschaden anrichtet, sowohl als Eindringling als auch Verteidiger. Dann bekommt man dafür, dass man verschiedene Rohstoffe plündert, Punkte, sowohl als Eindringling als eben auch als Verteidiger. Und dazu sucht man sich im einfachsten Fall nämlich eine fremde Basis. Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir einmal ganz kurz in den Shop. Da gibt es nämlich ein paar schöne Sachen. Im Einfall-Shop kann man Fleet Commander kaufen. Da nehme ich im Moment Locutus, auch wenn da Kirk drüber steht, was ich sehr witzig finde. Hier gibt es aber auch Teile für die Mantis. Das ist eine der schönen Situationen, wo man Mantis-Teile bekommt, aber eben auch die Feind und Titan. Und dann gibt es noch Offizierteile, falls du noch keine ordentliche PVP-Crew hast oder die Feind-Crew noch nicht fertig hast. Dann gibt es Supram-Relais-Verbesserung, Einzelamalerrichtlinien und so weiter. Ich nehme aber im Normalfall Locutus und hier steht es dann auch richtig, weil mir fehlt noch ein bisschen mehr als die Hälfte für Locutus. Dann gibt es noch Einfall-Verbrauchsgüter. Wenn du genug Einfallmünzen hast, kannst du die gegen, und das sind Einfallmünze 1 und es gibt Einfallmünze 2. Die Einfallmünze 2 benutzt du halt für die Sachen, die ich dir gerade gezeigt habe und die 1 benutzt du für diese Verbrauchsgüter. Da kannst du speziell für eine Incursion bestimmte Exos einschalten, die jetzt nur für die Incursion sind. Und das geht dann von PVP-Schadenverbesserungen, Armada-Schaden, finde ich lustig. Also ich habe schon Idioten gesehen, die eine Armada machen wegen Incursion, aber da ist keiner geschützt. Also die schieße ich auch ab, wenn ich die sehe. Oder eben PVP-Schaden als Verteidiger. Das ist halt Eindringling und Verteidiger ist immer, auf deinem Server bist du Verteidiger, auf dem anderen Server bist du Eindringling. Und da gibt es Warp-Geschwindigkeit verbessern, Materialabbaurate, finde ich auch witzig. Also die Idioten, die jetzt noch irgendwo abbauen gehen, sind die, die Punkte verschenken für deinen Server. Und jetzt gerade hat leider meine Tarnung aufgegeben, während ich erzählt habe. Und ich hoffe, mein Schiff kann noch schnell genug abhauen. Leider nein, er war schneller. Ich muss mal ganz kurz einem von meinen Idioten sagen, dass sie nicht ins Territorium sollen. Aber einer meiner Commodores macht das gerade schon. Aber du siehst gerade was Schönes an der Geschichte, auch wenn einer meiner Leute gerade Punkte verschenkt und da dann auch noch eine Basis ohne Schild ist, aber der Typ ist leider schon... Ne, das ist Kika. Die habe ich vorhin extra angeschrieben. Diese rote Markierung, das sind dann die vom anderen Server. Aber wenn die auf deinen Server kommen, dann sind die so markiert. Kika hat zum Glück... Ne, hat leider nicht meine Nachricht gesehen. Die Basis ist immer noch da. Aber mal gucken, was wir da so haben. Der 51er hat leider ein bisschen zu gut auch sich seine Schiffe ausgebaut. Da hätte ich jetzt nicht viel Chance, da was zu tun. Und meine Basis hätte auch kein Schild. Das wäre nicht lustig. Denn der Punkt ist, du kannst während einer Incursion nur dein Schild hochnehmen, wenn du in einem System bist mit dem Level 19 oder niedriger. Und auch in deinem eigenen Gebiet funktionieren keine Schilde. Das heißt, nur in einem System Level 19 oder niedriger kannst du ein Schild hochnehmen. In allen anderen Systemen, 20 und mehr, kannst du dein Schild noch nicht mal hochnehmen. Deine Basis wird komplett ausgeplündert. Und ich hoffe, dass dann Kika relativ bald auch meine Nachricht bekommt. Ich habe alle nochmal angepingt. Denn das wollte ich vorhin noch sagen mit dem Scoply Super Einfälle. Bis gestern stand bei uns, dass Incursion beginnt am 3. Februar. Das wäre der Samstag. Du wirst auch in ein paar Videos, die die nächsten Tage kommen, die ich heute vorgefilmt habe, damit ich meinen Fuß mal ein bisschen ausruhen kann und nicht immer zwischen Studio und Schreibtisch und so herlaufen muss, habe ich heute ein bisschen vorgefilmt. Und in den Videos erwähne ich dann die Incursion am Samstag, dass ich versuchen will, so ein Video zu machen. Ja, und heute haben die mal ohne Kommentar das Datum auf Discord geändert und plötzlich war es dann der zweite um 17 Uhr, also am Freitag. Und da sind dann natürlich etliche Leute überrascht worden. Ich habe alle noch auf Discord angepingt, aber Leute sind halt auch arbeiten. und Kika gehört eben dazu, die garantiert arbeiten noch und hat das sicherlich nicht rechtzeitig mitbekommen. Und da passiert dann so ein Mist. Großteil unseres Servers hat das nicht mitbekommen, dass plötzlich heute die Incursion ist. Das war wieder so ein Glanzstück von Scoply. Und ich muss mal ganz kurz schon mal meinen Shift, das ich leider vergessen habe, rechtzeitig wieder zu, ja, und schon wieder abgeschmiert. Das ist übrigens auch eine Sache bei Incursions. Die spiele ich, wenn ich dann aktiv, richtig aktiv teilnehme, auch am PC und nicht auf meinem iPad, weil das schmiert mir andauernd ab. Und in der ganzen Kämpferei, die man da machen muss, wenn man Punkte haben will, kann man das nicht gebrauchen, dass das Spiel alle paar Sekunden abschmiert, wenn man was macht. Während ich geredet habe, war es ja noch okay, aber jedes Mal, wenn ich hier Knöpfe drücke, schmiert mir der Laden ab. Und das ist leider immer noch das iOS-Problem. Aber wenigstens hast du jetzt ja gesehen, wie die fremden Schiffe aussehen, wenn die rüberkommen. Und jetzt gucken wir mal, ob bei uns schon eine fremde Basis in unserem Wohnsystem angekommen ist. Oh mein Gott, da sind auch noch welche am Abbauen. Aber das kann ich den heute noch nicht mal zum Vorwurf machen, weil Scoply, wie gesagt, mal klammheimlich die Zeit geändert hat. Da steht tagelang der 3. Februar und plötzlich ist es am 2. Februar. Dann gucke ich mal eben in Pyjam, das ist so ein beliebtes System, um da einzufallen, ob schon welche von drüben rübergekommen sind. Und ja, da siehst du auch, die Basen haben dann so eine rote Markierung drumherum, wenn das feindliche Basen sind, die rüberkommen. Aber ich habe ja gesagt, du kannst auch rübergehen. Und das macht man nämlich über dieses Event hier. Du siehst ganz unten rechts Übergang. Und dafür braucht man 10 von diesen Einfallleitungen. Die meisten werden natürlich jetzt fragen, wo kriege ich die her? Eine Woche vor der Incursion sind normalerweise Incursion, also unendliche Einfälle, Vorbereitungsevents. Und da kann man sowohl ein paar Einfallmünzen, als auch eben diese Übergangstokens verdienen. Die braucht man dann, um rüberzukommen. Du brauchst 10, um auf den anderen Server zu gehen. Du brauchst keine, um nach Hause zurückzukommen. Das heißt, mit den 60, die ich habe, kann ich 6 Mal auf den anderen Server rübergehen. Und das ist ganz gut, weil ich ja eben auch zeigen will, wie das Ganze funktioniert. Witzig finde ich, dass es mal wieder keine 24 Stunden Incursion ist. Da oben sind es wieder nur 16 Stunden. Die ändern auch andauernd was. Das ist manchmal echt nervig. Also ich spiele das Spiel saugerne. Aber manchmal kriege ich da nur einen Anfall. Einzig Gute ist, dass es gerade trotz der Fehler auf unserer Seite durch diese geänderte Zeit im Moment noch sehr gut für unseren Server aussieht. Aber schauen wir mal. Also gehen wir einfach mal auf den anderen Server. Da muss ich nochmal bestätigen, dass ich das bezahlen will. Und dann sollte das Spiel neu starten, weil ich eben auf den anderen Server muss und dann nicht mehr bei uns auf dem Server bin, sondern auf dem fremden Server. Ganz wichtig ist übrigens, wenn du diesen Serverwechsel machst, sollte deine Basis ein Schild haben und in einem System sein Level 19 oder niedriger, weil du nie weißt, wo du reingerätst. Mein Schiff war in unserem Hive. Also wir treffen uns, wenn die nicht spontan die Zeiten ändern, rechtzeitig alle in einem System, wo wir erstens alle nebeneinander liegen, dass da auch nicht viele fremde Basen direkt reinspringen können, um uns auszurauben. Aber eben auch um Leute, die es wirklich mal vergessen oder irgendwas haben privat im echten Leben, das verhindert, dass die wieder rechtzeitig online kommen, um den Schild zu erneuern. Kann alles mal passieren, dann können wir verteidigen, weil wir alle zusammen sind. Und dann kriegen wir auch mal eben schnell 100 Schiffe zusammen, die eine Basis verteidigen, wenn alle online sind. Jetzt siehst du aber den Unterschied, weil ich jetzt drüben bin. Du siehst, jetzt habe ich so einen roten Rahmen. Oben steht auch Einfallen oben drüber. Und wenn wir jetzt mal ins System gehen, du kommst normalerweise im fremden System genau an der gleichen Stelle raus, wo du gestartet bist in deinem System. Wäre dieser Planet jetzt voll gewesen, das heißt voll mit Basen, die haben ja bestimmte Plätze, hier sind es ja, oder der hier, der hat 16 Plätze, wenn die alle voll gewesen wären, hätte das System mich einfach auf den nächsten Planeten verschoben, der einen freien Platz hat. Aber wenn ein Platz frei ist, kommst du genau da raus, wo du auf deinem Server gestartet bist. Und jetzt kann ich eben hier auf diesem Server gucken, finde ich denn hier Basen, na 14er kann ich nicht angreifen. Hier gelten immer noch die gleichen Bestimmungen mit den Levels, dass du nicht jedes Level angreifen kannst, sondern nur eine bestimmte Level Range. Aber das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Und dann schaut man, irgendwo findet man am besten in den 20 Plus Systemen irgendeine Basis von diesem Server, das sind nämlich die ohne Markierungen, die ist zu klein, der keine Schilder hat. Gucken wir mal, der hat kein Schild und schon wieder schmiert es ab. Ich sage ja, das iOS-Problem. Leider kann ich nur auf iOS filmen. Ich habe, wie gesagt, zum Spielen die Wahl zwischen iPad und PC. Und wie gesagt, nachher, wenn ich das Video fertig habe, spiele ich dann selber auf PC. Aber zum Zeigen muss ich es leider auf dem iPad machen. Und da kriegst du leider real life mal wieder mit, wie stabil das ist. Also, gehen wir nochmal in dem System gucken, wo ich gerade eine 32er Basis gefunden habe. Ich glaube, den darf ich sogar angreifen. Da wollte ich gerade gucken, was er denn so an Material hat. Oh, das ist sogar schön. Er hat alle Schiffe zu Hause. Also die Möglichkeit besteht, dass der online ist. Aber da gucken wir einfach mal. Dann springen wir mit meiner Basis einfach da rein, was auch wieder nicht super funktioniert. Dann ist mein Schild automatisch weg. Und dann greife ich einfach mal die Basis an. Und wenn du schon mal eine Basis angegriffen hast, wird dich jetzt etwas wundern. Also, ich habe alles zerstört und kann jetzt mit meiner Amalgam direkt weitermachen. Denn in einem 20-Plus-System, wo es ja heute während der Encursion keine Schilde gibt, gibt es auch keine 10-Minuten-Schilde. Wenn du normalerweise eine Basis angreifst, kriegt derjenige, den du angegriffen hast, ja erstmal ein 10-Minuten-Schild. Das ist so ein bisschen, falls er online ist, hat er die Gelegenheit zu reparieren und nochmal die Schilde für länger hochzunehmen. Oder falls er es einfach nur vergessen hat und nur kurz vom Keyboard weg war. Aber in dem Fall gibt es kein 10-Minuten-Schild, weil es ein 20-Plus-System ist. Hätte ich ihn jetzt angegriffen in einem 19er-System oder niedriger, wo man ja auch jetzt ein Schild hochnehmen kann, dort gibt es ein 10-Minuten-Schild. Das ist bei einer Encursion der Unterschied. Und das ist jetzt einer meiner Jobs, um Punkte zu sammeln. Du siehst, oben werden immer Punkte eingeblendet. Da geht es halt darum, jetzt wirklich gezielt feindliche Basen auszuplündern, um Punkte für deinen Server zu sammeln und für das eine Event, das nur für dich ist. Und da ich jetzt gerade filme, werde ich einmal kurz die Koordinaten an meine Jungs und Mädels weitergeben, damit die einfach weitermachen können. Weil ich jetzt ja doch noch ein bisschen was anderes zeigen muss. So, und du siehst, neben den Namen steht auch unsere Servernummer bei meiner Allianz. Und du kannst nämlich auf dem Server, auf dem du dich gerade befindest, im Galaxy-Chat schreiben. Das heißt, die, die ohne Kennzeichnung sind, hier gehören hier hin. Aber du siehst, da sind schon welche, Abe ist gerade da von unserem Server, der hat hier auch schon im Galaxy-Chat geschrieben. Und so kannst du immer unterscheiden, sind das deine Leute oder sind das andere. Und jetzt zeige ich dir nämlich noch was. Wenn ich jetzt wieder zurückspringe in das System, wo ich hergekommen bin, wo ja auch unser Hive ist im Moment, für diese Incursion. Wenn ich einfach hier zurückspringe, in das System, ist ja 19 minus, ist mein Schild wieder da. Denn, und wieder abgestürzt. Das ist das nächste Nette. Wenn du dich in einem 20-Plus-System austobst und dann wieder in ein 19- oder kleiner System springst, ist dein Schild wieder da, den du vorher hattest. Den verlierst du also nicht durch den Angriff, sondern den verlierst du für den Moment, weil du in einem System bist 20-Plus. Aber du hast ihn nicht verloren, wie normal durch diesen Angriff auf einen Feind, weil das ist natürlich Teil der Incursion. Du könntest also zumindest eine Basis angreifen, ohne den Schild zu verlieren. Bei Feinden sieht das anders aus. Feinde muss ich mir ja auch noch schnappen. Also gucken wir mal kurz, ob wir irgendwo noch ein feindliches Schiff finden in der Nähe, das man abschießen kann. Da gibt es ja auch die klassischen Systeme, wo manche halt dann noch unterwegs sind und vergessen haben. Das ist so ein Ding, du siehst, die haben keine Markierungen. Ich bin auf dem fremden Server, also keine Markierungen heißt, der gehört dahin. Und da kann ich natürlich auch nur die Level angreifen, die ich überhaupt angreifen kann. Aber auch damit kann ich Punkte sammeln, indem ich ihn angreife. Aber der ist leider anwesend. Mal gucken. Ja, er war aber nicht schnell genug mit dem Abhauen. Also habe ich auch Punkte gesammelt für meinen Server. Schicken wir das Schiff mal wieder zurück, weil ich dir ja noch zeigen muss, wie du wieder nach Hause kommst. Und so funktioniert eben die Incursion. Du jagst Schiffe vom anderen Server, du raubst Basen aus vom anderen Server, um Punkte für deine Einzel-Events zu sammeln und Punkte für deinen Server zu sammeln für das Gesamt-Event. Und du siehst, im Moment führt mein Server und das hoffen wir, dass wir das auch so beibehalten können. Dafür müssen aber viele von uns auch ich nachher noch ein bisschen was tun. Aber du wirst sehen, an ein paar Stellen habe ich schon Punkte gesammelt. Da, wo es jetzt ums Kämpfen oder Ausrauben ging, habe ich schon ein paar Punkte gesammelt. Und das geht dann so weiter. Und wenn du wieder nach Hause willst, dann muss ich jetzt einmal gucken, ob mein Schiff wieder zu Hause ist. Ich nehme mal wieder mein Schild hoch, bevor da was passiert. Ich nehme jetzt immer nur ganz kurze Schilde, von denen ich massenhaft habe, weil ich natürlich noch einige angreifen werde heute. Aber gucken wir uns dann die Basis noch mal an. Die hat jetzt ein Schild. Und jetzt will ich wieder nach Hause. Dann gehe ich wieder zurück auf das Haupt-Event. Und da siehst du unten jetzt den Knopf nach Hause zurückkehren. Und wenn ich da drauf drücke, wird das Spiel wieder neu starten, weil er mich ja wieder auf den anderen Server, also auf meinen Server zurückpackt. und dann sollte ich wieder an der gleichen Stelle rauskommen, wo ich gestartet bin, nämlich auf meinem Server und mit intakten Schild. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Und schwupps, da ist meine Basis wieder, ist der gleiche Planet, nur voll mit Leuten aus meiner Allianz. Einer aus einer anderen Allianz hatte sich dazwischen gemogelt. Aber ansonsten, du siehst jetzt, ist gerade eine Station auf den anderen Server rüber gesprungen, weil ich denen ja die Koordinaten für die Beute gegeben habe, damit die sich ein bisschen austoben, während ich filme und gleich das Video noch schneiden muss. Ansonsten sind wir hier alle zusammen mit, da siehst du noch mehr von unseren Basen, also jetzt haben einige natürlich kein Schild, weil die bei uns auch auf dem Server feindliche Schiffe jagen. Du kriegst der Punkte als Verteidiger, das heißt, wenn du auf unserem Server kämpfst und eben auch als Angreifer, wenn du auf dem fremden Server kämpfst. Und da geht dein Schild natürlich, wie du bei mir vorhin gesehen hast, runter, wenn du feindliche Schiffe angreifst. Aber solange die online sind, ist das kein Problem. Wenn sie einer angreift, haben die hier in dem System, weil es 19 oder kleiner ist, ja den 10-Minuten-Schild, falls sie angegriffen werden. Da wird nicht viel passieren. Das bisschen, was der bei dem ersten Angriff holen kann mit einem Kriegsschiff, ist jetzt Pille-Palle. Im Großen und Ganzen habe ich nur eins vergessen und das war nämlich im Shop die dritte Geschichte. Das waren nämlich die Trophäen. Du kannst ja auch Trophäen gewinnen, diese Einfall-Trophäen, wenn dein Server gewinnt. Und auch die kannst du hier gegen Rahmen und Avatare eintauschen. Dann hast du noch eine Kleinigkeit so als Andenken für die Incursion oder die unendlichen Einfälle. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Interessant ist, dass die heute tatsächlich darauf verzichtet haben, also entweder ist, weil ich nochmal neu starten muss. Ach Quatsch, wir sind ja eine Stunde vor dem normalen Event. Deswegen, das ist immer so verwirrend. Die Incursion startet eine Stunde vor dem normalen Event-Reset und ich habe mich gerade gewundert, warum wir keinen neuen Blitzpass hier haben, aber das dauert ja noch 33 Minuten. Ja, passiert mir auch. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dir jetzt einen Einblick in diese unendlichen Einfälle gegeben habe, wie es funktioniert. Wenn ihr Basen ausrauben wollt, in denen sehr viel Zeug drin ist, macht das mit eurer Allianz oder macht das mit ein paar Leuten aus deiner Allianz oder auch aus anderen Allianzen von deinem Server, wenn ihr euch da zusammenfindet. Und wir machen das dann immer so, dass wir im Uhrzeigersinn sozusagen angreifen mit unseren Amalgams. Das heißt, wenn da eine feindliche Basis um so einen Planeten ist, dann sucht ihr einen aus, der anfängt und dann geht es im Uhrzeigersinn. Es müssen ja jetzt nicht zwei Kreise sein, das wäre ein bisschen vieler. Wenn da so ein Einkreis ist und der Blaue wäre jetzt eben der Feind, dann würde der jetzt sozusagen auf 9 Uhr anfangen und dann geht es im Uhrzeigersinn, schickt dann jeder seine Amalgam, bis er einmal rum ist und dann fängt er auf 9 Uhr wieder an. Das ist, meine Leute, wir sprechen ja Englisch in meiner Allianz, aber meine Leute nennen das immer das sozusagen das Raubballett. Funktioniert wunderbar, wenn man es macht. Sieht auch ganz cool aus, wenn so eine Amalgam nach der nächsten im Uhrzeigersinn dann so da reinhaut, wenn die Leute dabei sind. Und dann ist das auch die effektivste Art, so eine Basis leer zu machen. Das nur noch als kleiner Tipp nebenbei. Aber ich hoffe, dass ich hiermit den Wunsch erfüllt habe, dieses Video zu machen. Wenn du ein bisschen mehr Erfahrungen hast und noch was ergänzen möchtest zu den unendlichen Einfällen, dann bitte schreib einen Kommentar unter dieses Video. Wenn du noch weitere Fragen hast und andere Video-Wünsche, du siehst, ich lese die Kommentare tatsächlich, dann schreib es bitte auch in die Kommentare. Und wenn du nur Hallo sagen willst und zum Beispiel aus welcher Stadt du kommst, das interessiert mich auch immer sehr. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist schon hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.